Ich kenne den deutschen Nubeln so. Ja, klasse! Warte sogar. Jo, ihr habt alle Bock, dass ich gegen Matt Fifa spiele? Wir machen jetzt Gala gegen Fenneth. Ich bin sowas dann aufgeregt. Ja, Leute, ich brauche gar keine Spannung oder sonst was. Das war der Pfiff des Schiedsrichters. Ey, Kameradings, das ist richtig scheiße. Ja, guck mal, er fängt ja an. Nein, Digga, guck mal, das aussieht, Digga. Im richtigen Moment ist er ein richtiger Ort. Ich habe noch nie mal gegen sie gespielt. Aber, Digga, guck mir, das ist doch so behindert. Mach, 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 wie du willst, Digga. Nee, ich weiß nicht, mach wie du davor warst. Vor allem normal, Junge, ich habe mich eingestellt. Ihr habt doch gespielt. Das wäre doch vom Stadion abhängig. Ja, und wenn du vom Stadion abhängig bist, das kann ich jetzt auf 4. Nee, du kannst ja ein bisschen rumtüfteln. Ich weiß nicht, wie du das aussieht. Spiel doch dann, mach doch. Ich weiß nicht, wie du das besser ist. Oh, lass, du musst auf Dings. Wesley Snyder. Jetzt hat er den Platz. Zuro! Hahahaha! Komm, er will den. Er will den, nicht mehr reagiert haben wir zu sein. Ach du, nicht. Das kann man einen, wenn du das machen. Ändern, Digga. Versuchst du meine Einstimmung. Mach weiter weg. Bats! 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 Kennst du, der Tor kassiert, der macht direkt anders? Weißt du, was du machst, machst du einfach so, ne? So wie wenn man würzt, essen, einfach so. So, war das jetzt schon vorbei. Vor allem, dass du dieses Lichts enthalten hast. Ja, ich weiß, super. Kennst du? Ich tue scheiße, du bringst. Ich weiß, du bist eine Katze. Wir sehen nicht, ich bin egal. Denk jetzt 1-0, jetzt ist ich frohbar, ne? Normalerweise frohbar. Zack. Ganz auf Deutsch. Zack. Und jetzt die Möglichkeit zu Flanke. Paule, Paule! Ist auch richtig egal. Er denkt sich, boah! Oh! Das war jetzt richtig, das Tor. Ich hab' das nicht, hängt da schon drauf. Digga, er kann Freischlüsse gut schießen. Was, Bruder? Digga, wie machst du die Reise, oder? Ich bin ein Dings. Kenn ich schon. Gegen die Däupin. War's lang, war's? Nee, ich bin ein Dings. Aber wo ist das richtig geht rein? Ich fand das, ich auch... Macht der immer? Freischlüsse, John? Ja, ich wollte eigentlich die von ihm, aber du wolltest grad Tor, jetzt. Wir müssen mich bei ihm. Ich kenn' diese Tricks, Bruder. Ich sag' euch, dieses Spiel 100% für mich. Vorbei so. Alles. Ich bin... Dilett Abdi bei FIFA. Was ist ja alles andere. Joala Bischöner. Giointer Zweigart, Klapsone. Wohlbesitz. Raul Mirilic. Achtung. Erstmal nur abgewährt. Wow. Der ist ja so langsam. Aber wie soll ich den Sturm nehmen? Ja ehrlich? Ich hab' auch gar keinen Fehler. Ja, weil Galla ist schlecht, hat halt keinen Sturm, weil er ist, was müssen wir machen, was müssen wir machen. Diego. Oh, ich. Versuchen. Alpita, weiß du was. NIEGA! Er weiß doch, komm! Er weiß, du darfst nichts machen. Ich kann auch mit Diogo, wenn du willst. NIEGA, ich schieße mit Rütz. NIEGA, ich schieße mit Rütz. NIEGA, ich schieße mit Rütz. Ich schieße mit Rütz. NIEGA, ich schieße mit Rütz. Ich weiß ja eigentlich, ich habe zu viel, ich schieße mit. Aber kennst du das derzeit? Ja, ein bisschen populär, ein bisschen populär, aber im Endeffekt auch anseelig. Zugleich auch sehr erfrischend. Was sagen Sie? Ja, nimm dir mal den Mikrofon. Ich schieße mit Rütz. Nein. NIEGA, ich schieße mit Rütz. Sie sind sehr schnell. Er ist es 50% Ball bezig. In Galatasaray. Er ist 49% Fenerbahçe. Ja, ich sehe. Er ist es sehr schön. Ich sehe. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht, ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Wenn ich sehe nicht, schieße nicht. Was ist es. Das war bremsig, bremsig, gut abgefangen, kann er jetzt auch ein Streit der Angriff einleiten. Noch später gehalten, niemals keine Ecke, niemals keine Ecke. Da ist er echt Achtung. Shit, Digga, wie war es, gar keine Ecke, egal wie der Emelie geschickt die ganze Zeit, Digga, er ist schwarz, er läuft unendlich. Er ist richtig Cristiano Ronaldo und schwarz, Digga, das wissen Sie nicht. Ich habe keine Chance gegen Bruno Al, wir sind schon gerne in der Power. Wie ist das Power? Oh, Digga! Samy ist richtig blind, Digga, richtig sauer. Gib mir doch keine Karte, Digga! Oh, 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 oh. Das sieht aber ein bisschen so aus, wie er. Den Kettlash wieder mal selten. Ich hörte es hier aber eins zu eins gleich aus. Ich liebe das. Ja, und rein, Dinger, tschüss. Boah, die Fuss. Digga, das hasse ich. Dass der Torbruch so bleibt, weiß ich, und meiner Meinung nach, weil sie sind die immer da hingefahren. Wie, danke. Fahin mir auch. Kenn ich diesen Trick, Bruder, und dann kommt Bruno mal dazu und... Ja, die Kamera ist gerade nach außen gegangen, einmal nach rein, nochmal verletzt. Ich tue mal, Selchuk Schein, ich hab irgendwie das Gefühl, er will Tor machen, weil er macht immer gegen Galator. Musa So, tue ich mal für Keut rein. Zwei Black-Plaue Schwänze. Komm, wir machen drei, selber. Richtig so, schwarze Mauern oder so. Mann, Digga! Wer ist dein Ernst, was den abprallen lässt? Es sind jetzt nur noch wenige Minuten zu spielen. Und beide Mannschaften haben noch Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Emred Schollert, Digga. Er lässt Emred Schollert spielen. Achtung, eine Chance haben sie noch. Und wenn sie jetzt davon... Schuss und... Digga, warum fällt der die Ball nicht? Boah, Digga, ist dein Ernst? Ist dein Ernst? Ich hab gesagt Selchuk, ich hab gesagt Selchuk, ich hab gesagt Selchuk. Er macht jedes Mal immer Selchuk gegen Galator. 2-1 Ergebnis, Klassik. Klassik. Guck mal, guck mal, zack umgedreht. Zack umgedreht. Er läuft einfach durch. Bruder Selchuk, ich sag immer Selchuk. Der schluss ist in der Lande. Ja, Bruder. Der hat drei Franz, Mann. Der hat drei Franz. Guck, die sagen selber, er trifft wieder zu. Den gab er immer Selchuk. Richtig unnötig, Digga. Mir geht das richtig auf, wenn das so Spielfehler sind, Digga. Jetzt sag nicht wahr nicht, Digga, wie im Videobeweis. Guck. Das ist in der Lande. Das ist in der Lande. Selchuk, das ist in der Lande. Das ist in der Lande. Richtig unnötig. Ekle 2, jetzt kann man nicht muckeln. Man spielt 3, das ist in der Lande. Wer macht's? Der Lande. Wichser, Digga. Ries weg hier. Digga, wir gucken nichts. Wir gucken, wir gucken. Guck mal, hier. Was ist jetzt gucken? Neun Schüsse aufs Tor, du hast zwei. Ja, ich effektiver bin. Wo bist du effektiver? Du schießt zwei Mal aufs Tor, mach ein Tor. Du schießt neun Mal aufs Tor, mach zwei Tore. Zeig, wer effektiv ist. Ja, ich will das. Ja, ich will das mit dir wegs Tor. Ja, das ist ein Tor. Ja. Ja, ich gebe das.